fhc ist voll also kann man gleich mal hinfahren noch abtanken vor allem ist ja auch wieder leer so kann man nicht weitermachen mit unserer produktion abfahren hier müssen wir noch vollwände machen den helfer uns holen die schalbe holen und dann können wir ja noch weitermachen so umdrehen schön umdrehen komm 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 dann schmeißen wir uns das zeug jetzt in den hänger rein so dass wir die fuhr voll kriegen und anschließend das zeug wegfahren können so dass wir ziemlich zeitnah hier fertig werden mit der ernte und die nächsten flächen wir nutzen können ja jetzt war ich auch noch 15 prozent für eine so dann werden wir mal gucken dann werden wir die bahn noch zu ende fahren und denn ist mir jetzt auch der droscher fertig dann werden wir nämlich das nächste feld in angriff nehmen dann ziehen wir den helfer hinterher so dass wir jetzt hügelig lang hinkommen machen wir schnell noch die bahn fertig und dann sind wir uns auch schon so weit vorangeschritten so dass wir hier noch was schaffen können so jetzt können wir schnell um dann brauchen wir nämlich nicht mal nicht mehr umsetzen so einfach aktiviert und lassen den lorfen so jetzt machen wir unser vorgewände fertig so dass wir wenigstens den hafer runter kriegen hier erinnern wir mal dass das hafer ist hier da ist mein gegessen runter und es ist nicht trocken dann darf man halt den rocken schnell runter und den die zweite so dann bringen wir nämlich dich erst mal weg zum besten gleich zum mühle damals grüßt die wohnen auch dran und daher muss man es halt ein bisschen sputen so zeitnah an der müde ankommen so sind 26 kubiken da sind nicht viel das weiß ich selber aber einiges aber der erste start ist dann schon in die schafft daher müssen wir es halt ein bisschen sputen wir hatten ja eigentlich vorbereitet ja die vorbereitungen für die müde gemacht und da fahre ich so schnellstmöglich wieder hin wo ich das weg kriege und so darf ich die in jange kriegen so dass sie wieder produzieren kann so dass sie uns hafer abnehmen rocken dinkel so so länger ist leer haben noch 14 drinnen und drehen wir schnell um die träscher macht ja schon wieder nix doch da gedreht daher lassen wir weiter laufen schön fest die frank war eben so und damit hier und wo wir hängen dann schien wir halt noch mal schnell zurück so frei sehen wir mich auch schon mal da kann man wie das vorgebende fertig machen so ein paar mal über feldweg zurück nämlich die lange piste die kurze dann brauchen wir auch dinkel sowohl die maschine kriegen wir die anderen noch nicht in den jungen so der tröscher hat auch schon mal 70 prozent erreicht also ein bisschen sputen da sind wir auch schon mal hier vorne und dann können wir dich mal schnell samt klappen und rüber fahren mit dir zum anderen feld so dass wir zügig lang hinkommen hier und schön hinterher kommen so dass wir in der fläche abernten die nächste gleich wieder andrellen so dass wir ziemlich zügig hier fertig werden mit unserer flächen so das sinnvollste so stoppen mal und dann machen wir dich gleich in den jungen so ich brauche jetzt mal nicht dann kann ich mich gleich hinterher fahren und dabei abtanken das nicht dafür sind wir es jetzt sinnvollste noch schnell abtanken dass er wahrscheinlich nicht stehen bleibt dann kann man nicht das vorgebende oben fertig machen so dass wir zügig lang hinkommen und das denn auch schaffen so, dann werden wir den auch gleich anhalten mit dem Dröscher aber der drückt ganz schön schnell nach mit dem Rocken so, müsste an sich reichen dann werden wir den Helfer entlassen ja, das rückschieben, den Sprung noch hinschmeißen so, dann können wir das Vollwände fertig machen wir haben unseren Part schon fertig bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Zack 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 sack zack